Also mit Beobacht geben, langsam laufe ich nur noch über Leichen, oder wie? So, da, wie vielleicht? Oh, da kommt noch einer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 70s to Die CHS Classic Hard Survival. Wie ihr seht, wir sind in der Nähe der Stadt. Wir sind da stehen geblieben, wo wir das letzte Mal waren. Muss bloß gerade ein bisschen Beobacht geben. Mit Bier habe ich... So, kiten wir es mal wieder ein bisschen hier drum rum. Können wir mal wieder unseren Bogen nehmen. So, einer weniger. Eine weniger, Entschuldigung. Wir wollen hier präzise bleiben. So, Bein ist natürlich leider gebrochen. So. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Da laufen wieder ganz viele rum. Da ist Verflux hinter mir. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir hier... So, sehr gut. Hier wird langsam weniger. Splinter... Einen Splint muss ich mal bald wieder basteln, weil sonst kann ich ja nicht laufen. Jawohl, danke. Okay. Gut. Dich dann auch weg. Ui, 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 ui. Da ist wieder was los hier. So, wo fangen wir denn an? Beziehungsweise, wo machen wir weiter? So, bei dir vielleicht? Na, drehen wir mal rum. So, vielleicht. Komm mit. Gut, danke. Na, wo sind wir denn aktuell? 109 schon. Hoho. 109. Wow. Oh, dann nehm ich. So, da kommt noch einer. Wo kommst du wieder her? Da ist ein Kopfkürzer. Da guckt er. Gott, das will es mir nicht mehr. Irgendwann soll es auch mal aufhören. Hoffe ich. Na, die Position fängt mit. So, noch ein bisschen wiedergegeben. Weniger. Gut. Ui, 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 ui. Na, haben wir es jetzt bald. Haben wir jetzt bald alle aufgesammelt. Na, da kommt noch einer dazu. Okay. Da kommt noch einer dazu. Holla, geh weit, geh. Wir können mal hier mit herunter drehen. Jawoll. Bis zum Teil passt alles noch. Kommt da noch einer dazu. Wie. Die hätten wir aber beinahe erwischt hier. Das Ding ist echt unübersichtlich, weil das Ding ist viel zu groß eigentlich. Aber okay, egal. Ja, ich hab mir nicht geschaut getroffen. 112. Na, auch nicht geschaut getroffen. Ja, verdammt nochmal. Au. Verdammt. Zu nah dran. Mist. So, wer kommt zuerst? Noch eine dazu, oder wie? Hallo? Mal gucken, dass keiner hinter mir steht. Na, fängt sonst das Lecken an, oder wie? Jawoll. Ein Kopf weniger. 114. Jawoll. Na, im Vorbeigehen schießen macht nicht viel Sinn. Gut. Das kann jetzt noch einen kleinen Moment dauern. Aber genau darum geht's ein Classical Survival. Hier, wo es nicht mitberechnet. Gut. So. Ne? Noch eine Nurse. Okay. Mal einen Pain Killer. Schaden kann's nicht. Also möchte ich oberen geben. Langsam lauf ich nur noch über Leichen, oder wie? So. Da. Wie vielleicht? Oh, okay. Ich bin noch da. So. Oh, Allah. Wie? So. so rum. Immer so. Mann, 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 Mann. Treffen wir es mal auch noch? Hallo? Du zitterst. Okay. Hast du gerade was Schönes für mich dabei? Nö, natürlich nicht. Okay. Einer weniger. Da rumsteht. Hallo? Ich treffe wohl überhaupt nichts mehr, oder wie hier? Und du vielleicht? Auch nicht. Okay. Gut. Also kann ich so einen Moment trauen, oder? Wir kriegen das schon irgendwie. Ach, Mann, 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 Mann. Okay. Die Armbust ist auch mal im Arsch. So. Nur noch ein bisschen näher, woher andere mit? Wieder einer weniger. 118, oder? Der Counter geht langsam nach oben. Mal gucken, wie viel wir schaffen, ohne zu sterben. Gut. Ja, auch, bin ich tot. Schade. Ja, was? Das sind ja da viele. Ich gucke euch mal ein bisschen, ein bisschen. So, 119. Danke schön. Wer ist der Nächste? 120. Gut. 122. Jawohl. Wie ihr schon seht, es wird langsam Zeit, sich um ein paar Waffen zu kümmern, weil das wird hier und wird hier einfach nicht weniger. Natürlich nicht, soll es ja auch gar nicht. Macht ihr jetzt gegenseitig, oder wie? Nein, nicht mich tauen. Nein, 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 nein. Nicht mich hauen. Ich bin unschuldig. Minute, Mann. Oh, der dicken Waffe in der Hand. Klang jetzt irgendwie falsch mit der dicken Waffe in der Hand. Egal. Ja, da kommen wir schon wieder nur dazu. Komm nicht. Äh, äh. Er hat geschwungen. Aber im Schwingen hat es ihm das Gesicht vom Körper gerissen. Tz, 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 tz. Kopflos durch die Gegend laufen. So. Jetzt müssen wir ein bisschen Obacht geben, weil gerade meine Ausdauer... ...ein bisschen Low ist. Jetzt wird es auch noch dunkel langsam. Sehr schön. So mache ich das. Huch, da kommen wir noch mehr. Mann, 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 Mann. 127. 127. Gut, aber zum Glück rennen sie ja nachts nicht. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Es wird einfach nur ein bisschen dunkler. Mann, 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 Mann. Und es werden wahrscheinlich auch mehr. Gott, da kommen immer mehr. Hm. Lass mich doch mal ganz kurz gucken, wie viel Munition ich noch habe. Hm. 49. Na gut, okay. Da können wir noch ein bisschen was reißen. Ein bisschen was. Hoffe ich. Ein Schuss, ein Down. So ist das schön. So. Dann. Du bist nicht Down. Mann. Was soll denn das funktionieren? Bitteschön. Ich dachte, ich habe Gorkes auf. Na gut. Weder eine weniger. Ich hoffe, ihr seht genug. Aber ich denke, das kriegt man schon hin. Weil ich sehe nämlich wahrscheinlich genauso viel wie hier. Da läuft einer. Haua. Viel cooler. Jawohl. Gehen. Mann, Mann, Mann. Ich sehe nichts. Wo muss ich eigentlich hin? Ich sehe es nicht mehr. Mann. Mann. Und treffen müssen wir natürlich auch noch. Wäre ja auch immer von Vorteil. Warum habe ich eigentlich keine Flashlight dabei? Mann. Wieder mal einer weniger. 132. Holla, die Waldvier. Die kann mir auch nicht dabei helfen. Ich weiß. Die Krankenschwister. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingehen soll. Vor lauter Leuten hier. Mann, Mann, Mann. Und laut ist das hier. Tut das denn nur, dass die SL ist in der Lautzeit? So. Einmal tief durchschnaufen. Weg, 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 weg. Um den Stein da rum. Hallo? Äh, okay. Er umgibt mich. Das klang jetzt ein bisschen nach der Fehlzündung, aber bei der Wache runter mich da gar nichts. Oh, Stein im Blick. Vorsicht. Ihr seht schon, also da ist noch einiges zu tun. Hier gelingt das. Hoffentlich. Alles. Bis wir hier fertig sind, ist wahrscheinlich wieder Tag. So. Entschuldigung, ich bin hier auf und zu mal zwischendurch ein bisschen ruhiger. Aber da muss man sich ganz schön konzentrieren bei soviel diesen. Athletics ist ein No Level 8. Das ist schön. Das ist schön, das gefällt mir. Ihr könnt gerne ein wenig auf dem Stein im Kloppen. Ja klar. Könnte machen. Also, wir sind viel los. So, jetzt sind es alle hinter mir. Gut. Da kommt wieder einer. Eine. Weg. 136. Okay. Mann, 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 Mann. Wieder mal einer weniger. Und wie ihr seht, der Kopf, der dabei ist, der spuckt zum Glück nicht mehr. Auch ein Vorteil. Weg. Mann, Mann, Mann. Und immer ein bisschen auf die Ausdauer achten. Auch so ein Problem. So. 139. Hallo. Könnte es mal langsam hier wieder ein bisschen weniger werden. Ich habe nicht den Eindruck. Oder vielleicht eher. Dann könnten wir vielleicht auch wieder mehr sehen. Und langsam gehen wir auch die Munition aus. Das ist natürlich auch scheiße. Aber gut. Dann müssen wir mal gucken. Dann können wir mal gucken. Dann können wir nicht hängen bleiben. So. So. Dann haben wir einen schönen alleinstehenden. Ich werde das mal schneller tun. Jetzt haben wir da schon mal hier ein bisschen was so reißen können. Ach ja. Oh, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. 142. Oh shit, die Ampel ist auch noch kaputt gegangen, super. Ein bisschen Landgewinn. Oh, falsch. Kann ich nicht. Oh Gott, was fehlt mir? Alles mögliche. Ähm, Alternative. Oh, weg. Oh, au, 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 zu spät. Jetzt habe ich langsam über sich ein Problem. Wo muss ich überhaupt hin? Weiß ich nicht so genau. Die Richtung. Okay. Wird es auch schon weniger lassen? Jawohl. 145 ist der Counter gerade. Wir können natürlich einfach mal weitergehen. In die Richtung. Weil wir hatten doch da eine Stadt gesehen, dachte ich. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Mit Glück oder Pech werden sie mir sowieso folgen. Okay. Okay. Vielen Dank.